Herz- und Gefäßerkrankungen sind die häufigsten Erkrankungen überhaupt. Jeder dritte Deutsche verstirbt an den Folgen von Herz- und Gefäßerkrankungen. Was können wir also tun, um uns zu schützen? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Herz intakt aus der Kardiologie des Krankenhausports am Rhein in Köln. Mein Name ist Marc Horlitz, ich bin Chefarzt der Kardiologie und ich begrüße ganz herzlich Frau Dr. Beatrice Tonnellier. Sie ist Internistin, Kardiologin, Oberärztin und sie ist absolute Top-Expertin auf dem Gebiet der Präventionsmedizin. Trixi, was bedeutet Präventionsmedizin? Präventionsmedizin heißt Vorbeugung, Vorbeugung von Erkrankungen in der Kardiologie. Natürlich insbesondere wollen wir Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen, Herzinfarkt. Trixi, wer soll sich denn im Rahmen einer Prävention von Herz- und Gefäßerkrankungen überhaupt vorstellen? Wann ist der Zeitpunkt, dass man da dann entsprechend zum Kardiologen oder zu dir, zu uns kommen sollte? Jeder hat ein bisschen anderes Empfinden da natürlich, aber ich würde sagen, also insbesondere Menschen, die Verwandte ersten Grades haben, die unter dem 60. Lebensjahr eine Herz-Kreislauf-Erkrankung hatten oder vielleicht auch hohen Blutok hatten, die sollten auf alle Fälle schon mal vorstellig werden, auch mit Ende 30 oder so. Also Leute, die eigentlich schon bei den Eltern, bei den Großeltern mitbekommen haben, dass da irgendwann mit dem Herz und mit den Gefäßen was nicht im Rahmen war. Genau, also insbesondere natürlich, wenn die einen Herzinfarkt hatten, die Großeltern oder auch der Vater natürlich. Was macht man bei einem solchen Check-up in der Kardiologie? Wie sieht das aus? Ja, als erstes gucken wir uns das Herz mal in Ruhe an. Wir machen einen Ultraschall des Herzens, gucken uns an, wie groß das Herz ist, ob es relevante Herz-Klappenfehler gibt oder Verdickungen, die einfach vielleicht auch genetisch bedingt sind oder durch Bluthochdruck. Da sieht man schon, ob der Motor richtig funktioniert. Genau, ob die Struktur stimmt. Und wenn wir dann damit so einigermaßen zufrieden sind, es können natürlich Kleinigkeiten auch mal auffallen, aber dann machen wir einen Leistungstest, eine Spiroergometrie. Das heißt, wir gucken nach, wie die Fitness ist und versuchen einen Trainingsplan zu erstellen, damit dann eben auch im Rahmen der Prävention dann auch richtiger Sport gemacht werden kann. Genau, wir machen auf dem Laufband oder auf dem Fahrrad an den Leistungstest und messen dann die maximale Sauerstoffaufnahme, die umso höher ist, je fitter ich bin, je mehr Muskulatur ich habe. Ich habe das ja auch schon machen dürfen, mehrfach. Und da bekommt man so eine Maske auf, dann fährt man Fahrrad oder auf dem Laufband, dann wird ab und zu mal das Blut auch aus dem Ohr dann ein bisschen entfernt und analysiert nach Laktat. Das ist schon ein sehr intensiver Test, aber er macht Spaß und man sieht ja dann auch, wo man steht. Und vor allem, was viel wichtiger ist, man kriegt einen Trainingsplan, dass man auch richtig dann den Sport macht. Genau, man kann mit dieser Untersuchung einfach genauer feststellen, nicht nur, wie leistungsfähig man ist, sondern wo die Trainingsfrequenz ist. Denn viele Menschen wollen immer noch ihren Teenager-Kindern hinterher oder mitlaufen können und haben dann einen Puls, der viel zu hoch ist und ihre Fitness nicht fördert, sondern eher starken Muskelkater macht und ihnen die Motivation für weiteres Training nimmt. Ist ja auch so, wenn man zu viel, zu intensiv trainiert, übertrainiert, wird ja viel Laktat freigesetzt, weil man nicht mehr durch Sauerstoff Energie gewinnt. Und Laktat führt zur Veränderung des pH-Werts. Das heißt, dann wird der Körper sauer, die Muskulatur anfälliger und der Herzmuskel kann sich auch nicht so richtig erholen dabei. Deswegen muss man schon wissen, wo ist meine Pulsfrequenz, die dem gesunden Bereich entspricht. Und das kriegen wir durch den Stresstest hin. Aber dann geht es weiter, weil dann müssen wir gucken, ob das Herz auch gut durchblutet ist. Genau. Und weil wir nicht mit jedem Menschen einen Herzkatheter machen können und wollen. Würde ich auch nicht wollen. Woher sicherlich auch nicht gleich. Sondern es gibt Methoden, wie man relativ einfach und mit wenig Aufwand feststellen kann, ob das Herz, ja, ob da ein Risiko besteht für Herzinfarkt. Das heißt, wir machen einen Stress-Ultraschall, heißt das. Ein Ultraschall unter Belastung mit dem Fahrrad in Linksseitenlage. Leute ziehen bequeme Jogginghose an und Schuhe und wir kippen sie auf einem Fahrrad in die Linksseitenlage und der Arzt schaut während der Belastung, ob die Wände des Herzens, die in Ruhe beispielsweise gut gepumpt haben, auch unter Belastung so gut pumpt. Das ist ja sehr elegant, finde ich. Man fährt Fahrrad, du guckst mit dem Ultraschall und wir sehen, ob die Innenhaut des Herzens sich vernünftig zusammenzieht. Wenn sie sich nicht zusammenzieht, ist es ein Zeichen, dass das Herzkranzgefäß verengt ist und dann muss doch ein Herzkatheter gemacht werden, weil wahrscheinlich ein Stent implantiert werden muss. Dann kann man rechtzeitig eine solche Engstelle erkennen und behandeln und zwar bevor es sonst zu einem dramatischen, fatalen Herzinfarkt kommen würde. Deswegen ist das doch eine sehr elegante Methode und dann hat man das dann auch entsprechend gut gecheckt. Ja und parallel machen wir auch sogar eine Blutdruckmessung dabei. Das heißt, selbst wenn im Herzultraschall alles in Ordnung ist, könnte es natürlich auch auffallen, dass Blutdruckwerte extrem hoch sind oder zu schnell steigen. Also da hat man neben Herzultraschall EKG und Blutdruckmessung mit dabei. Was mir noch sehr wichtig ist, viele kommen an und sagen, ich habe einen Ultraschall in Ruhe gemacht. Mein Herz ist gesund, ich bin gut und bestens durchblutet. Das ist falsch. Man kann eine Durchblutung des Herzens nur im Rahmen einer Stressechokardiophilie sehen. Also wenn das Herz sich bewegt unter hoher Belastung, dann erst sieht man, ob eine Engstelle da ist, weil dann erst ist durch die Engstelle die Einwärtsbewegung des Herzmuskels relevant gestört und nicht in Ruhe. Das heißt, ich kann eine hochgradige Engstelle haben und im Huerecho kann ich sie nicht sehen und sehe ein normales Echo. Das heißt also, eine Stressbelastung total wichtig, um wirklich die Herzkranzgefäße auch beurteilen zu können. Definitiv. Und manche Leute lassen sich natürlich nicht richtig ausbelasten auf dem Fahrrad, von dem wir jetzt gerade gesprochen haben. Die haben vielleicht Hüftprobleme oder Gehprobleme. Die können nicht Rad fahren. Da gibt es dann die Möglichkeit, eine medikamentöse Belastung durchzuführen. Auch nicht schlimm. Die Patienten empfinden das jetzt eigentlich nicht als unengenehm. Das ist so ein Gefühl, so höre ich immer wieder, als wenn man einem Bus im Sitzen oder Liegen hinterherläuft. So ungefähr ist das Gefühl. Nichts Gefährliches, aber dann eine sichere Aussage, weil die Pulsfrequenz muss ja ein gewisses Niveau erreichen. Altersentsprechend muss man die hoch pushen sozusagen. Und dann geht es weiter. Das heißt, dann musst du... Ja, dann muss man definitiv bei einem Check-up auch nach den Halsgefäßen gucken. Und das finde ich ehrlich gesagt nicht nur für Leute, also das finde ich für jedermann wichtig. Muss man vielleicht noch nicht mit 20 machen, aber mit 40 oder so macht das schon mal Sinn. Was sieht man denn so schnell bei den Halsgefäßen? Wir schauen die Halsgefäße an, ob dort Veränderungen sind. Insbesondere die Halsgefäßwand schauen wir uns an. Da gibt es standardisierte Werte. Die kann man schon theoretisch als Baby messen mit einem Viertelmillimeter und bis zu einem Millimeter Wanddicke kann das zum Beispiel gehen. Und die Halsgefäße bestehen aus einer inneren Schicht und einer Muskelschicht. Und die kann sich tatsächlich, je nachdem wie mein Lebensstil ist und ob ich vielleicht tatsächlich eine Neigung habe zu Genetik habe, zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen, kann die verdickt sein. Und es gibt standardisierte Werte, wo ich nachgucken kann. Bei dem, es ist ein Mann, er ist 40 Jahre alt, seine Arterienwanddicke muss so und so viele Millimeter sein. Du kannst an der Arterie schon mit dem Ultraschall erkennen, ob da eine Veranlagung ist, dass der Patient dann später vielleicht da mal höhergradige Engstellen nicht nur hier, sondern auch in den Herzkranzgefäßen bekommt. Ja, zumindest eine Veranlagung hat für eine Arteriosklerose, also für eine Neigung zur Verkalkung zum Beispiel hat. Oder zumindest sein Lebensstil einfach zu schlecht ist und eher daran. In vielen Fällen ist es auch genetisch. Und dann kommen die Leute rein, sehen blendend aus, dann guckst du auf die Halsarterien. Und es ist ja so schön, man kann ja hier die Halsarterien direkt sehen, weil unter der Haut sind die Arterien zu sehen. Am Herzen können wir nicht direkt sehen, weil da Muskulatur und Rippen dazwischen sind. Das heißt, du siehst sofort, ist da eine Engstelle oder ist eine Verdickung da und kannst dann schon irgendwelche Empfehlungen aussprechen. Was für Empfehlungen wären das denn, wenn da eine krankhafte Verdickung schon mit 45 oder 50 Jahren zu sehen ist? Ja gut, dann kann man den Patienten sagen, sie sehen zwar äußerlich aus wie 35, aber ihre Arterien machen uns ein anderes Bild. Da sind sie schon zehn Jahre älter. Woran kann es liegen? Das heißt, wir gucken dann auch mal auf die Blutfette und ob da das schlechte Cholesterin, wie wir das nennen, was also die Fette zu den Gefäßen bringt, erhöht ist und messen auch mal das Lipoprotein A, auch ein Marker für Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder für das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, insbesondere ein erhöhtes Infarktrisiko eventuell. Das heißt, das ist angeboren und du kannst es messen und du machst einmal einen Test und weißt dann, ich bin genetisch tatsächlich gefährdet und muss enger natürlich die Fettwerte kontrollieren, die Hals-Arterien kontrollieren und dann vielleicht auch schon frühzeitig dadurch bedingt auch Fettsenker nehmen, die dann dazu beitragen, dass es eben nicht zur Einbindung von den bösen Fetten kommt. Gegebenenfalls ja und das macht nämlich eben Sinn, dass man dieses Lipoprotein einfach, das braucht man nur eigentlich einmal im Leben bestimmen, das wäre schon sinnvoll, weil es mir einfach ein Risiko darlegt und das kostet 11 Euro, also wie eine Pizza sozusagen, die ich mir mal gönne, kann ich mir die auch einmal im Leben ein Lipoprotein A gönnen und wenn ich dann noch erhöhte schlechte Cholesterin-Werte habe und ich habe vielleicht schon Veränderungen in den Hals-Gefäßen, dann muss man schon darüber nachdenken, ob man nicht eine gewisse, also muss man Lebensumstände ändern und vielleicht auch ein Medikament einnehmen. Ja, oft so, dass Patientinnen und Patienten zu bekommen, die sehen super aus, schlank, krank, machen Sport, machen alles, was richtig ist, aber trotzdem schlägt die Genetik durch und dann gibt es diesen bösen LDL-Wert, das ist ein Fettwert, der im Übermaß in der Leber produziert wird und das Übermaß wird dann eben leider in den Gefäßen abgelagert und das macht die Engstellen, das ist genetisch bedingt und da kann man noch so gut durchtrainiert sein, man sieht noch so gut aus, man muss es messen und einmal sehen, gerade bei den Familien, wo eben Eltern oder Großeltern schon mal solche Erkrankungen haben, deswegen ist es so wichtig, dass man auf diesen Fettwert achtet. Ja, und das Lipoprotein A, man sagt, jeder fünfte Kaukasier hat ein erhöhtes Lipoprotein A, also 20 Prozent und deswegen ist es wirklich so interessant und wenn zu dem Lipprotein diese Fette dazukommen, also lohnt sich schon der Check-up. Dann gehen wir nochmal kurz durch, die ganzen Dinge, die wir noch empfehlen, rauchen, zwei, drei Zigarettchen, sind die drin? Darf man nicht eigentlich, weil leider viele, dass das doch nur fünf Zigaretten sind, aber leider haben Studien gezeigt, die kleinste Menge und das Risiko für Herz-Greifer-Verhältnisse Ja, ich bin auch sehr talent in vielen Dingen und sage, ja, so, aber rauchen muss ich wirklich sagen, das darf nicht sein. Und wenn ich dann noch Lipoprotein A habe plus Zigaretten, da kann man davon ausgehen, dann habe ich ein sechsfach erhöhtes Risiko, dann kriege ich mal einen Infarkt. Weil Nikotin ist das, was natürlich die Gefäße noch mehr reizt, also rauchen, absolutes No-Go. Wie sieht es aus mit ein bisschen Alkohol? Es geht einfach nur immer um die Masse, genau, wenn man zu viel Alkohol trinkt, ist das natürlich insgesamt für den Körper. Ja, aber Alkohol ist ja vor allen Dingen, sagen wir mal, für die Gefäße das Problem, dass Alkohol sehr viel Kalorien hat. Und wer viel zum Beispiel Bier trinkt, man sieht es ja auch gerne im Karneval, dann werden da mal hier irgendwie ein paar Kölsch getrunken, wenn man sich die Leute anguckt, dann haben die oft ein gewisses Übergewicht, was natürlich auch durch Bier auch mit gefördert wird. Und Übergewicht macht hohen Blutdruck, hohe Fettwerte, hohe Zuckerwerte, deshalb Übergewicht sollte man vermeiden. Und da ist so ein bisschen das Problem auch gerade beim Alkohol. Gesunde Ernährung, was bedeutet das? Was würdest du da so auf den Punkt bringend empfehlen? Was bedeutet gesunde Ernährung? Also die Menschen, manche oder viele neigen einfach dazu, sich nochmal eben eine Brezel zu kaufen. Zwei Stunden später, ach, da ist ein Bäcker, ich hole mir noch ein Käsebrötchen. Und das sind halt einfach die Kohlenhydrate, die Zucker, die wir nicht unbedingt zu viel zu uns nehmen sollten. Die dick machen, die den Blutzuckerspiegel zu hoch treiben, die zu einer Fettleber dann tatsächlich auch führen. Und deswegen sollte man da vorsichtig sein und auch mal so ein bisschen drauf achten, dass ich mir feste Mahlzeiten, also Zeiten vornehme. Ich soll frühstücken und dann lasse ich halt auch mal sechs Stunden Pause und esse nicht zwischendurch noch die Kekse, die beim Kollegen auf den Tisch gehen. Ich glaube auch, dass wir am Ende zu viel essen. Wir sind ja auch trainiert worden in der Erziehung der Kindheit. Du musst morgens, mittags, abends essen, am besten mittags noch warm essen. Wenn man ehrlich ist, so richtig braucht man das nicht. Das war früher das Essen so für hart arbeitende Fabrikarbeiter, aber die eben dann am Tag nicht so viel verbrennen, die brauchen das nicht. Und das ist überschüssige Kalorienzufuhr. Und das ist das Problem. Und je älter man wird, der Stoffwechsel wird ja etwas langsamer, muss man aufpassen. Deswegen möglichst wenig Kohlenhydrate, vielleicht so an vier, fünf Tagen ganz wenig Kohlenhydrate. Also Brot, Kartoffeln, Nudeln, Reis, das sind ja die hauptsächlichen Kohlenhydrate und Alkohol. Und dann an zwei, drei Tagen am Wochenende kann man natürlich auch mal wieder leben und sich was gönnen. Und das kombinieren mit dem Sport, wie du es gerade genannt hast. Ja, natürlich, ja. Allerdings, man kann noch so viel Sport machen, was man dann mit der Ernährung wieder, Leiter Gottes, kaputt macht. Das heißt, zu 70 Prozent wird das Körperwicht so ungefähr von der Ernährung bestimmt und zu 30 Prozent vom Sport. Beides ist notwendig, aber trotzdem, auf die Ernährung muss man unbedingt achten. Und bitte keine Diäten, sondern einfach den Plan so einstellen, dass man eben drei, vier, fünf Tage hat, wo man dann doch wirklich am Abend vielleicht nur einen großen Salat isst oder ein Stück Fisch oder ein mageres Stück Fleisch, statt eben die Brote, Nudeln, Reis, deine Pizza, das wollen wir nicht. Man kann halt wirklich lieber wasserreiche Lebensmittel zu sich nehmen. Also das kann man öfters nehmen, wie viele Gemüse, rohes Gemüse zum Beispiel, ganz oft essen. Man kann auch zwei Obstmahlzeiten am Tag essen. Dann soll man sich tatsächlich eher auf Fleisch und Fisch, es kann auch wirklich fetter Fisch sein, beschränken. Und wenn man so zwischendurch mal was essen möchte, dann lieber auf Nüsse zurückgreifen. Ja. Oder wie gesagt, Rohkost. Noch ein kleiner Tipp von mir, morgens ein klein bisschen Haferflocken essen. Das speichert die Energie über den Tag und man hat dann durch diese Haferflocken über den Tag gar nicht das große Hungergefühl. Also das ist so ein bisschen der Trick der Haferflocken, ist jetzt relativ modern und ich kann es nur bestätigen. Also Haferflocken ist auch ein Tipp, wie man dann eigentlich gar nicht diese Heißhungerattacken bekommt. Darum geht es ja. Was mir noch ganz am Ende sehr wichtig ist, wir haben über den Check-up gesprochen. Wir haben über Ernährung gesprochen, über Bewegung gesprochen. Ich finde, was auch ganz wichtig ist, dass die Seele im Gleichgewicht ist. Dass also Stress, was man ja dann vielleicht empfindet, dass das da gebaut wird. Dass man auch da eine ergänzende Möglichkeit hat, vielleicht durch autogenes Training, durch Meditation oder durch Yoga das abzuarbeiten. Denn man muss glücklich sein. Man darf gar nicht spüren, dass man bei der Arbeit arbeitet. Das ist ja dann das Gefühl, was man dann auch hat, das einen glücklich macht und da spielt das, glaube ich, auch eine große Rolle. Machst du sowas? Yoga? Ja, Yoga habe ich jetzt aktuell weniger, aber ich versuche es immer zu Hause zwischendrin, neben dem Sport, den man natürlich machen soll. Denn Sport fördert ja auch die mentale Gesundheit. Und Sport ist eben ganz wichtig, dass wir das mindestens empfohlen werden, 150 Minuten die Woche tatsächlich. Trixi, ich danke dir ganz herzlich für die tollen Tipps. Ich bedanke mich, dass du hier warst und dann werden wir weiter den gemeinsamen Weg gehen. Wir werden dann versuchen, natürlich dann alles das auch als Vorbild umzusetzen. Denn das ist ja wichtig, dass wir auch das dann leben, was wir dann anderen Patienten empfehlen. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, dass Sie wieder zugeschaltet haben. Ich freue mich schon auf Ihr Wiedersehen, wünsche einen schönen Tag und alles Gute. Dankeschön.